altmodisch ja ich muss die treppe nehmen oh mein gott du arme ja furchtbar ja voll leid ach jetzt habe ich wieder nicht nachgedacht nach wobei dann kann ich dann kann ich es auch einfach mal hier drin abstellen dass das irgendwie habe ich das gefühl das wächst jetzt wieder schneller alles hier die bäume wie kommst du denn da drauf weiß ich nicht weil hast du so im urin ja hast du jetzt schon meine sprüche oder was kommst du denn darauf keine ahnung so den tisch nehmen wir auch mal mit rein kam halt irgendwie so ein bisschen vor ja ja das scharf oben an der klippe naja gut ja 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 krass scheiße ich dachte das wäre wenigstens sand aber ne echt nur schnee oh man mal ja was denn so komme ich wieder runter ich habe einen computer aber ich brauche unbedingt mehr lapis lazuli ja 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 definitiv 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 das funktioniert jetzt nicht und nicht mit dem bett abgott ist das doof du bist du fast nein ich bin nicht doof das ist doof ich schieße grad mit schneeballen auf kühle oder auf eine kuh kann man ja mal machen kann man so stehen lassen auch so mal gucken was man direkt macht erde nein kompost läuft läuft sehr schön so dann fangen wir mal an die getreidedinger zu füllen machen wir ach toll wegen drei stück ist doch immer so ja natürlich alles andere wäre langweilig richtig komplett richtig ich bin ein gummi bär ein gummi gummi bär so siehst du raus du kleine maus ich weiß so schmeckt man noch ein paar mürchen weg ja so dann muss ich jetzt aber auch mal eben kurz noch mal wohin ja macht was knack das war's knie ok ja ich bin nicht alt ich bin knackig doch wieso und kurz vor scheintod ja macht nix ja kann man ja mal machen auf jeden Fall auf jeden Fall ja na endlich sind die ganze schneedinger weg was denn den sorge ich immer direkt ok lebe ich sie irgendwie auf kühe werfe oder so ja ich hab sie auf die schlange geworfen weil die mir hart auf den sack ging mit ihr inzwischen ja dann machst du tot und sammel die eier ja weil dann kannst du nämlich ne schlange als haustier halten will ich ja nicht ja doch die sind voll cool äh doch äh die fressen bloß meine kaninchen hallo tut die gar nicht ja ja und dann habe ich den salat also die kaninchen salat ha 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 kaninchen ist sehr lecker ja das stimmt ich sehe nichts ich sehe nichts wofür hast du die denn du hast also gar nix zu melden ich bin hier die die bestimmt so sieht es aus so sieht es aus weiße bescheid du weißt doch wie der hasse läuft ja und wo der frosch die locken hat oh verdammt ist das gehalt ja bis es es hört sich an wenn dein 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 ding ist dann aber connected ja wenn ich mich falsch rum umdrehen ich muss mit dem funkel zum rechner hin stehen wir die glastür dazwischen ist sonst werde ich zu mister roboto es reicht doch niemals es reicht niemals aber ich glaube ich muss auch gleich noch mal ein paar bäume beschneiden gehen macht das für mehr kompost natürlich was zum teufel ist das richtig so hüte sammeln ganz genau jetzt gucke ich einfach mal ob ich hier irgendwo eine kleine wüste finde in welche richtung läufst du denn ich weiß es noch nicht in deine wir okay nach oben wenn du nach links läuft da kommt auf jeden fall erstmal keine wüste da kommt eine große wiese mit diesem komischen kraftwerk und dann kommt wald also wenn man davon ausgeht dass du oben und ich unten bin guck mal schaffe ja und schaffe aber ich glaube hier ist erstmal so nichts weiter wir haben verdammt viele schnee biome kann das sein kann man immer mal gebrauchen ja auf jeden fall habe ich